Die beiden Modelle unterscheiden sich nur in der Dicke der Kettenglieder. Das Modell 9809K enthält eine 9 mm dicke Vierkantkette. Das Modell 9808K ist mit einer 8 mm dicken Vierkantkette ausgestattet. Beide Ketten sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt und bieten dem Dieb mächtig Widerstand. Die 9 mm Kette kann unter Umständen den entscheidenden Unterschied ausmachen, Je mehr Masse, mehr Widerstand. Das Modell 9809, das ich hier in der Hand habe, ist 110 cm lang und wiegt ca. 2,5 kg. Das vergleichbare Modell 9808 in der gleichen Länge bringt 2,2 kg auf die Waage. Beide Modelle gibt es in jeweils vier verschiedenen Längen. Der in der Kette verbauten X-Plus Zylinder bietet einen äußerst hohen Schutz für Zylindermanipulationen und wird durch ein widerstandsfähiges Gehäuse abgeschirmt. Die Staubschutzkappe verhindert, dass Schmutz in das Schließsystem einbringt. Der Textilschlauch sorgt für eine gute Handhabung und schützt gleichzeitig den Fahrradrahmen vor Lackschäden. Einen speziellen Halter hierfür gibt es nicht. Wir empfehlen, diese Kette in entsprechenden Fahrradtaschen unterzubringen. Durch die Schließnummer auf der Code-Karte können Ersatzschlüssel oder Zusatzschlüssel nachbestellt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017